Du musst Forscher werden, mehr rangehen. Eine Kuh ist wie ein 18-jähriges Mädchen, angreifen. Nur wenn man dran ist und man fummelt sich durch, dann spürst du, wo es lang ist. Das wird spannend. Das Gute ist, eine Kuh ist so flexibel, anders wie beim Pferd. Beim Pferd haben wir gleich verschissen und eine Kuh nimmt einem das nicht so krumm. Guck mal ins Maul, da kann nichts mehr schief gehen. Lass dir nicht die Finger abbeißen. Das gibt dir immer einen Knick in der Karriere. Das ist ein Thema zu unserem Kondition. Um deine Pussyke möchte ich mich klar. Ja klar, ich versuche im Moment Brustvergrößerung durch Handauflegen. Denn mein Motto ist immer, auch diese Hände können zärtlich sein. Ich bin ein Sportdenker. Ich überlege mir die Übung und wenn ich dann zum Einsatz komme, bin ich schon so fertig, dass ich in den Arbeitsablauf gehe. Super schön. So, bevor ihr euch jetzt was holt, gehen wir erstmal... Das weiß ich auch, warum die reichen Leute so früh sterben. Diese gehobene Küche, die kann einen echt umbringen. Erich, der sind. Vielen Dank.